Heute im Schnellcheck bei Premier Games, der Bulls Spike Steel Dart. Ein Dart mit einem unglaublichen Grip. Extrem aggressiv, maximaler Grip, mehr geht fast gar nicht. Man sieht das hier, wenn ich den Dart so ein bisschen drehe, diese Rillen sind extrem ausgeprägt. Also Shark Grip ist gar nichts dagegen, das ist ein Kindergeburtstag. Das ist ein Dart für alle Spieler, die den maximalen Grip bevorzugen. Ich glaube mehr geht tatsächlich nicht. 90% Tanzen, sehr gut verarbeitet, sauber verarbeitet, Schwerpunkt ein bisschen weiter vorne fliegt, wirklich noch stabil und erhältlich als Steel Dart in 21 bis 26 Gramm, als Soft Dart in 18 Gramm. Wenn ihr auf der Suche seid nach einem Dart mit richtig, richtig viel Grip, dann schaut euch den mal genauer an. Ist bei uns im Shop erhältlich? Ja, bei Fragen gerne fragen.